Wenn wir die Software das erste Mal starten, werden wir aufgefordert, unsere Benutzersprache auszuwählen. Im nächsten Dialog öffnet sich eine Liste aller verfügbaren Maschinen. Bitte wählen Sie exakt die Maschine aus, die Sie erworben haben. Falls Sie noch keine Maschine gekauft haben und diese Software erstmal ausprobieren möchten, wählen Sie ein normales Fräsmaschinenmodell, zum Beispiel die HZ1000. Nach Start der Software öffnet sich der Hardware-Dialog, in dem die Maschine ausgewählt werden kann. Wählen Sie eine Hardware aus der oberen Box Erkannte Hardware aus und klicken Sie auf den Knopf Identifikation. Es erscheint ein kleiner Dialog mit den technischen Daten des Moduls. Gleichzeitig können Sie an schnellem Blinken der Letzt an der Netzwerkbuchse erkennen, ob es sich um das gleiche Modul handelt, was Sie ausgewählt haben. Durch Klick auf den Knopf Verbinden, verbinden Sie die Maschine mit der Steuersoftware und ab jetzt ist die Maschine benutzbar. Falls Sie einmal an der Software etwas ausprobieren möchten, ohne dass sich die Maschine bewegt, können Sie selbstverständlich diesen Hardware-Dialog erneut aufrufen und das Modul trennen. Dann arbeitet die Software in einem Demo-Modus. Falls in dem oberen Fenster nichts angezeigt wird oder dies nicht das Modul Ihrer aktuellen Maschine ist, können Sie auf den Knopf Netz absuchen klicken. Falls keine Maschine gefunden wird, überprüfen Sie bitte, ob die Maschine eingeschaltet ist, sie korrekt angesteckt ist und der richtige Kabeltyp verwendet worden ist. Vielleicht haben Sie auf Ihrem Computer auch eine Antivirus-Software installiert. Wir empfehlen ausdrücklich, keine Virenschutz-Software zu verwenden. Bei moderneren Computern und Notebooks kann es vorkommen, dass die Netzwerkkarte in den Stromsparmodus geht. Falls Sie damit Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hardware-Händler. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Maschine eingeschaltet ist und korrekt verkabelt ist, sollte Sie nach erneutem Druck auf den Knopf Netz absuchen, in der oberen Box bei erkannter Hardware auftauchen. Verbinden Sie jetzt die Maschine und schließen den Dialog. Es öffnet sich das Hauptfenster der Kenedik NC-Software und im mittleren Feld Meldungen können Sie sehen, dass Sie mit der Hardware verbunden sind. In unserem Fall ist an der Maschine noch der Nothalt-Knopf betätigt. Wie wir sehen, sind noch einige Funktionen auf dem Bildschirm ausgegraut. Lösen wir an der Maschine den Note-Aus-Knopf, werden diese Funktionen ebenfalls aktiviert. In der unteren Statuszeile des Programmes können wir erkennen, dass wir jetzt als Standardbenutzer angemeldet sind. Der Standardbenutzer hat nach der Installation noch kein Passwort vergeben. Die Maschine ist jetzt betriebsbereit und ihre Funktion sollte überprüft werden.